Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz leicht und kostenlos mit OBS aufnehmen und streamen könnt. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Haut es dann bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem Video. Um das Ganze erstmal herunterzuladen, habe ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung geparkt. Damit kommt ihr auf diese Website. Da müsst ihr einmal euer Betriebssystem auswählen und das Ganze dann wie jedes andere Programm einfach runterladen. Dann, wenn ihr es geöffnet habt, würde ich euch empfehlen, erstmal in die Einstellung zu gehen und dann hier einmal alles durchzugehen. Das werde ich euch jetzt detailliert erklären, was ihr da alles anhaben solltet, worauf ihr achten solltet. Ähm, als erstes beginnen wir mal mit den Allgemeineinstellungen und zwar mit der Ausgabe hier. Das ist eigentlich erstmal nur wichtig, wenn ihr tatsächlich auch streamen wollt. Denn hier hätte ich euch einmal empfohlen, den Bestätigungsdialog beim Stream Start und Stream Stop anzuzeigen. Damit könnt ihr nämlich nicht aus Versehen einfach den Stream starten bzw. den Stream stoppen. Ähm, ist definitiv hilfreich, wenn man vor allem nämlich einen Hotkey hat und dann einfach da raufkommt. Und dann kann es nämlich manchmal passieren, dass man einfach aus Versehen den Stream sonst startet. Und wenn ihr dann auch noch etwas mit den Stream Aufnahmen anfangen wollt, also die zum Beispiel dann auf YouTube hochladen wollt, dann hätte ich euch auch empfohlen, den Stream automatisch aufzunehmen. Ähm, denn ansonsten müsstet ihr von Twitch oder YouTube oder wo auch immer ihr drauf streamt, das Ganze herunterladen und dann wäre die Qualität deutlich schlechter. Die nächsten Sachen sind dann hier tatsächlich nicht so wichtig, also kann man auch einstellen, übernimmt das hier vor allem bei der Quellenausrichtung sonst einfach. Aber könnt ihr euch auch selbst ein bisschen ausprobieren, ist für den Stream selbst nicht wichtig bzw. die Aufnahme nicht wichtig. Dann kommen wir als nächstes mal zu den Streaming Einstellungen. Hierfür müsst ihr einmal eure Plattform auswählen, worauf ihr streamen wollt. Twitch oder YouTube bzw. YouTube Gaming wird es wahrscheinlich bei den meisten sein. Dann müsst ihr hier einmal noch den Stream Schlüssel eintragen, den findet ihr irgendwo in den Einstellungen bei YouTube bzw. Twitch oder wo auch immer ihr drauf streamen wollt. Dann kommen wir mal als nächstes zur Ausgabe. Hier hat man einmal verschiedene Sachen, um das Ganze erstmal so anzeigen zu lassen. Müsst ihr hier oben auf Ausgabemodus erweitert klicken. Dann solltet ihr einmal bei Streaming sein, hier dann den Codierer auswählen. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann würde ich euch empfehlen, den Nvidia NVENC H264 New zu nehmen. Denn der hat einfach die beste Qualität, tatsächlich auch wirklich über alle Grafikkarten, die es gibt, die beste Qualität. Wenn ihr natürlich eine AMD-Grafikkarte habt, dann ist das irgendein anderer Codierer. Müsst ihr mal nachgucken, wird wahrscheinlich etwas anderes sein. X264 gibt es auch noch. Ich glaube, bei AMD ist das dann H264 oder H265 ganz einfach. X264 wäre dann, glaube ich, wenn man über den Prozessor streamen würde, hat aber eine deutlich schlechtere Qualität. Deshalb hätte ich das einfach dann auf eurer Grafikkarte gemacht. Deshalb hätte ich das dann einfach auf eurer Grafikkarte gemacht. Dann gehen wir nochmal weiter zu den Ausgabeeinstellungen. Hier, um das Ganze sich erstmal so anzeigen zu lassen, müsst ihr einmal auf den Ausgabemodus erweitert klicken. Ich glaube, am Anfang solltet ihr erstmal auf einfach sein. Und wenn ihr dann auf erweitert klickt, habt ihr dann diese ganzen Auswahlmöglichkeiten. Hier gehen wir erstmal über die Streaming-Einstellung. Die Aufnahmeeinstellungen sind relativ ähnlich. Bei den Streaming-Einstellungen sollte man als Audiospur eine haben, es sei denn, ihr wollt irgendwie verschiedenste Audiospuren haben. Wird allerdings teilweise schwierig, vor allem wenn ihr beispielsweise mit Shotgut das Ganze dann schneiden wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel nicht mehrere Audiospuren verwenden. Ich glaube, bei Premiere Pro wird das tatsächlich funktionieren. Aber lasst es für den Anfang erstmal so. Und wenn ihr dann euch irgendwann mal ein bisschen mehr damit... Dann kommen wir mal als nächstes zu den Ausgabeeinstellungen. Hierzu müsst ihr erstmal auf den Ausgabemodus klicken und dann hier auf erweitert klicken. Ursprünglich ist das, glaube ich, immer der einfache Modus. Dann geht ihr hier einmal auf Streaming. Und als Audiospur solltet ihr erstmal nur eine nehmen. Denn wenn ihr, glaube ich, nur Shotgut habt, dann könnt ihr keine mehreren Audiospuren da verarbeiten. Deshalb lasst es einfach auf eine Audiospur zumindest für den Anfang. Als Codierer nehmt ihr eure Graphkarte. Das heißt bei Nvidia, den Nvidia NVENC H264 New Encoder. Beziehungsweise bei AMD, glaube ich, den H264 bzw. H265 Encoder. Weiß ich aber nicht ganz genau, wie es da ist. X264 wäre auf jeden Fall, glaube ich, der Prozessor. Und der hat dann eine deutlich schlechtere Qualität. Deshalb einfach über die Graphkarte streamen. Dann mal der Qualitätsregulierungsmethode einmal CBR wählen. Die Bitrate könnt ihr euch aussuchen. Je nachdem, was ihr überhaupt für eine Internetleitung habt, müsst ihr das einmal nachschauen. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach 7500. Ist allerdings eigentlich, glaube ich, zu hoch tatsächlich. So viel kann Twitch gar nicht verarbeiten. Ich habe aber die Kapazität, deshalb passt das eigentlich auch so. Ich glaube, es reicht auch aus 3000 zu nehmen. Also ich würde definitiv nicht weniger als 3000 nehmen. Empfehlenswert wäre, glaube ich, so irgendetwas um die 5000. Und dann passt das auch schon. Als Keyframe Intervall würde ich euch empfehlen, 2 zu nehmen. Dann einmal Voreinstellung Qualität. Profile High. Die beiden Sachen aktiviert. GPU 0. Max Bframes 2. Dann bei der Aufnahme eigentlich genau das gleiche. Diese Bitrate habe ich hier etwas höher gestellt, weil es natürlich nicht über die Internetleitung geht. Und ihr dadurch bei den Videos auch eine höhere Qualität habt. Und dann nur einmal als Aufnahmeformat MP4. Die anderen sind nicht so empfehlenswert. Es nimmt eigentlich jeder in MP4 auf. Ist ganz einfach das leichteste. Dann könnt ihr hier auch einmal noch euren Aufnahmepfad einstellen. Also wo das Ganze abgespeichert werden sollte. Ich habe mir hier zum Beispiel einen eigenen Ordner für die unbearbeiteten Videos gemacht. Legt euch da auch irgendeinen Ordner an, wo ihr das Ganze dann wiederfinden könnt. Dann gehen wir mal zum Audio. Und hier solltet ihr einmal die Sample Rate auf 48 kHz stellen. Dann kann die LeStereo. Dann müsst ihr einmal euer Desktop Audio Gerät einstellen. Also damit worüber ihr auch Musik hört. Bei mir wäre es zum Beispiel eigentlich der Lautsprecher. Allerdings habe ich es so, dass ich teilweise Sachen nochmal ausstellen kann. Deshalb habe ich es jetzt über Cable Input. Ist einfach nochmal so ein virtuelles Gate darüber. Und dann habe ich einfach Lautsprecher bei mir als Abhör. Und dadurch kann ich manche Sachen bei mir ausstellen. Manche Sachen bei euch ausstellen. Ist einfach etwas leichter. Für euch wird es aber wahrscheinlich erstmal euer Kopfhörer sein. Dann müsst ihr noch euer Mikrofon beziehungsweise, wenn ihr mehrere Mikrofone haben solltet, eure mehrere Mikrofone einstellen. Einfach das auswählen, womit ihr aufnehmt. Bei mir wäre es beispielsweise das Auna Mic CM900. Dann ist der Rest glaube ich eigentlich Standard. Beziehungsweise einmal das Monitoring Gerät. Damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Donation Alerts habt, könnt ihr das damit abhören. Und da habe ich zum Beispiel einfach meinen ganz normalen Lautsprecher angeschlossen. Dann kommen wir mal zu den Videoeinstellungen. Hier als Basis-Leinwandauflösung solltet ihr die Auflösung nehmen, die ihr auch als Bildschirmauflösung habt. Bei mir wäre es zum Beispiel WQHD, also 2560x1440. Ich denke, bei den meisten wird es allerdings tatsächlich 1920x1080 sein. Als Ausgabeauflösung hätte ich euch empfohlen 1920x1080, also ganz normal Full HD zu nehmen. Dann Skalierungsfilter, das maximale Lanzos, geschärfte Skalierung, 36 Stichproben. Und dann die FPS-Werte hätte ich euch empfohlen, entweder 30, 50 oder 60 zu nehmen. Je nachdem, wie gut euer PC ist und wie gut eure Spiele sind. Wenn ihr nämlich ein Spiel habt, wo ihr vielleicht nur 30 FPS habt und das dann auf 60 FPS hochladen würdet, dann habt ihr nicht mehr FPS in der Aufnahme, sondern dann laggt einfach die Aufnahme. Nur das bringt euch dann am Ende nichts. Bei Hotkeys könnt ihr beispielsweise einfach für alles Hotkeys anlegen. Zum Beispiel habe ich da Aufnahme starten, Aufnahme stoppen, Hotkeys. Und Stream starten, Stream stoppen auch Hotkeys. Und zum Beispiel auch zwischen Part 10 wechseln. Müsst ihr einfach mal selber gucken, wie es für euch am leichtesten fällt. Bei den erweiterten Einstellungen hätte ich dann Prozesspriorität normal gestellt. Ich glaube, das müsste alles gleich bleiben. Sonst kopiert das einfach einmal so für mich. Von mir meine ich natürlich. Komplett lost wieder. Bei der Aufnahme hier einfach Dateiformatierung. Ist dann hier zum Beispiel einfach, wie das abgespeichert wird. Dann, ich glaube, der Rest ist eigentlich genau gleich wie bei euch. Da müsst ihr einmal vielleicht gucken, wie das Netzwerk bei euch eingestellt ist. Dass ihr dort das Richtige nehmt. Dann sind wir damit soweit durch. Als nächstes kommen wir da mal zu den ganzen Szenen. Nämlich um überhaupt etwas aufnehmen zu können, müsste ich hier als erstes mal bei den Szenen eine neue Szene hinzufügen. Ich habe jetzt schon mal ein paar hinzugefügt. Deshalb füge ich nicht nochmal eine hinzu. Aber könnt ihr einfach so sagen, habt ihr eine neue Szene. Inzwischen den Szenen könnt ihr dann auch noch verschiedene Quellen auswählen. So habt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf meine Fortnite-Quelle klicke. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Quelle für das Overlay, Countdown, Spendenbalken und so weiter und so fort. Alles mögliche immer zu einmal geordnet. Und dann kann ich zum Beispiel auch auf den Bildschirm wechseln. Dort habe ich dann andere Quellen. Und so funktionieren im Prinzip die ganzen Szenen. Bei den Quellen könnt ihr dann zum Beispiel auch verschiedenste Sachen nehmen. Beispielsweise zum einen, um das überhaupt öffnen zu können, müsst ihr einmal wieder auf Plus klicken. Dann könnt ihr hier ein Bild einfügen, eine Bildschirmaufnahme. Also wenn ihr ganz einfach ein Bildschirm aufnehmen wollt. Browser-Aufnahme, wenn ihr beispielsweise Donation-Lerds habt, die laufen darüber. Dann eine Fensteraufnahme, wenn ihr irgendein Spiel oder irgendeine Anwendung nicht im Vollbild habt, sondern nur im Fenster. Dann könnt ihr es damit aufnehmen. Die Spielaufnahme ist dann, wenn ihr irgendein Spiel im Vollbild habt. Funktioniert auch wirklich nur, wenn ihr es im Vollbild habt, beziehungsweise im Vollbild im Fenster. Und ja, der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Braucht man manchmal auch, aber ist eben halt nicht das Häufigste. Ihr könnt dann auch noch eine Gruppe erstellen, womit ihr dann mehrere Quellen im Prinzip unterordnen könnt. Und dann gleichzeitig ausblenden, beziehungsweise einblenden könnt. Ist auch teilweise relativ hilfreich, aber brauche ich tatsächlich zur Zeit eigentlich nicht. Dann habt ihr hier noch einmal euren Audio-Mixer. Dort könnt ihr dann einstellen, wie ihr das Ganze gepiegelt sein soll. Also ihr habt solche Schieberegler, die habe ich hier blockiert. Müsst ihr einmal auf Rechtsklick drauf machen und dann lautstärke Sperrung sagen. Ich lasse das einfach gesperrt. Nicht, dass ich das einfach irgendwann aus Versehen verstelle. Deshalb stellt es einmal ein, passt das für euch ab. Der Sound sollte immer hier in dem gelben Bereich sein. Das heißt zwischen minus 10 beziehungsweise bis minus 20 Dezibel. Irgendwo dabei sollte der Sound sein. Nicht in den roten Bereich gehen, denn ansonsten übersteuert es. Wenn ihr im grünen Bereich seid, dann ist es einfach zu leise. Deshalb gelber Bereich ist einfach das Beste. Bei Desktop-Audio ist es was anderes. Wenn ihr zum Beispiel leise Musik im Hintergrund haben wollt, dann macht das einfach im grünen Bereich. Trotzdem dort auch nicht in den roten Bereich gehen, denn übersteuern will man in den meisten Fällen nicht haben. Es gibt auch manche Fälle, wo man es vielleicht haben will, aber ansonsten größtenteils eigentlich nicht. Und dann ist das eigentlich auch schon so alles dazu. Man kann dann auch noch hier bei dieser Vorschau einmal Vorschau aktivieren und deaktivieren sagen, wenn ihr zum Beispiel das nicht immer so rumflackern haben wollt. Und man kann dann auch noch die Vorschau sperren, denn man kann hier auch einfach sagen, wenn man zum Beispiel jetzt auf die Donation klickt, dann kann man sagen, dass man die hier rumlegen will und woanders hinziehen will. Wird jetzt nicht angezeigt, müsst jetzt irgendjemand zufälligerweise abonnieren, dann würde man das sehen, aber ansonsten kann man das natürlich nicht sehen. Könnt ihr es auch hier vergrößern und einfach so einmal rumschieben. Und wenn ihr das dann eben halt da in dem Allgemeinfenster hier bei Einstellung und Allgemein aktiviert habt, die Quellenausrichtung, dann snappt das auch immer so an die Seiten ran. Also dann, wenn ihr zum Beispiel bei mir einen neuen Pixel da rankommen würdet, dann klackt das einmal so an die Seite, damit das eben halt ein bisschen, ja, alles strukturierter ist. Und damit könnt ihr dann im Prinzip alles so einmal verschieben. Ist eigentlich wirklich schwierig, das Ganze so einmal einzurichten. Die Spielaufnahme sollte natürlich in den meisten Fällen eigentlich immer Vollbild sein. Dann könnt ihr es euch so ein bisschen rumprobieren. Ich denke mal, am Anfang wird es bei euch wahrscheinlich nur eine Spielaufnahme sein. Vielleicht wenn ihr noch eine Facecam habt, könnt ihr es dann irgendwo an die Seite so hinschieben. Und so weiter. Müsst ihr mal schauen, wie ihr die ganzen Spielaufnahmen bzw. die ganzen Quellen für euch ausrichten wollt. Ist glaube ich bei jedem relativ individuell, kann man gar nicht so viel sagen. Bei Spielaufnahme würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall ein bestimmtes Fenster zu erfassen. Standard wäre hier immer beliebige Vollbildanwendungen zu erfassen. Allerdings bestimmtes Fenster ist eigentlich das Beste. Und dann wählt ihr hier euer Spiel aus. Meistens müsst ihr das erstmal neu starten, das Spiel, damit das erst von OBS aufgenommen wird. Ansonsten funktioniert das nicht. Der Rest ist eigentlich alles gleich. Da muss man nicht viel einstellen. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.